na dann gehen wir doch nach hause aber jetzt habe ich eine vierte fähigkeit oder geil eigentlich brauche ich sie gar nicht ich mache mit den anderen weiter oder ich habe so eine massenfähigkeit wäre schon ganz cool eigentlich kräfte statt schattentausch wäre das ganz cool 72 160 das ziel 106 122 aber so treffe ich sie alle noch kräfte alle neuer kräfte artefakte gehen wir mal zur dns das macht mich bei allen 25 prozent stärker war ich der pimpin man ich bin der pimpin sind der schlimme fahrradfahrer gefahren? hm mal schauen die streiten sich wieder mal schauen hat mir jetzt ganz gut ichций mich schon seit einem nicht wie grapes du bist vielleicht so aber ich sage keine Infosienste alle die Kinder go und machen in dein Wohnung have another drink kelly go und machen in dein Wohnung have another drink kelly Oh, hey kiddo, daddy ist gonna go upstairs, to his room Molly is gonna go get a drink Hey, es ist einfach, es ist nur etwas in meinem Eindruck Wobei, ich bin der Daddy, ich bin der Pimp Daddy, man Was holt ihr nicht, oder? Warum frisst ihr nicht diese scheiß Braunies? Halt, Kiste, deswegen bin ich wenigstens umsonst hingelaufen Stürmischer Zoll Greift er frisch auf die Objekte Ah, ah, Batterien, ok Dann pennt man ne Runde Ah Du hast vergessen, dein Essen zu essen Mami hat es auf der Tafel Komm her, Lieber, ich muss deinen Essen essen Habt ihr mehr davon in unser Kindes Essen? Schau deinen Scheiß! Wie wissen wir, dass die Medizin keine Vor-Effekte hat? Du weißt, dass unser Kind die Medizin so viel wie ich mache Böden! Du schlappart bist Böden! Du schlappart bist Böden! Wie schlappst du unsere Kindes zu essen machen? Du hast die Medizin in ihren Essen, du! Ich habe niemanden zu essen Du gehst einen zu essen Spann dich in deinen Essen, der Schumpf Was zur Hülle ist da drin? Jetzt würde mich interessieren, was die da rein tun Arme Arme Wunder Arsch oder lol Arschbott oder was weiß ich wie das alles heißt Die scheiß Games für die Updates, ich will zocken Und langsam wird es dunkel, ok Verwandlung Ich muss mir mal ein neues Kostüm zulegen Das muss man jetzt mal schnell machen Kopf, was haben wir denn eigentlich alles? Machen wir das da Das da Das da Und für die Hände Machen wir das da Könnt ihr sogar zusammen? Panzeranschuhe Hyperschall, Kopfbetickung Ja man Captain Carajo Das wir uns nicht mehr zugesperrt haben, aber das schaut jeden Tag schlimmer aus Alter Wie viel Bier haben die hier? So lange pennt er doch jetzt auf oder nicht? Was ist das? Bubble Pop Ey das ist doch Papst Floriden Ja 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 Ich bin schwer zu sein, ich bin derjenige auf dem Team mit realen Superpowers Während alle anderen Kinder spielen und arbeiten auf ihren Franchiseplanen Ich bin in der Stadt gegen den Ebel Mit wenig Zeit zu arbeiten für einen Mysterion-Spinoff-Movie Manchmal fühlt es sich wie eine Kurs, diese Power zu haben Du kennst wie es ist Weil du bist wie ich Ich bin sicher, dass die Power von deinem Scheiß auf dich Was soll denn machen die jeden Abend in der Scheißstadt? Wollt ihr mich verarschen? Jeden Abend schaut schlimm aus Hey das sind Da ist kein Weg Kein Weg dieser Kind ist aus heute Wollt ihr besser Hoppe nicht Es ist fucking crazy hier Nichts zu sprechen, oder? Das ist okay Ich verstehe Lass uns einfach nach der Polizei und finden die Evidenz wir brauchen Ich bin so nicht even TINA Was ich wachst? TINA Nein, Mama Nein, bitte nicht Ich werde dir ein Goodbye Ich habe gemeldet Bitte Bitte, bitte nicht mich Ich bin sorry Oh Gott Oh Gott Ich weiß echt nicht was hier abgeht Warum sind die jeden Abend da und pennen? Äh Äh Und es ist offensichtlich zu Hey little picture hunter you find any good stuff? Never give up Jesus Hope you like eggs Happy day What a bunch of dicks It's worse than I thought This is not normal What a bunch of dicks Dude, der hat gerade vor die Haustür geschissen Ist das dein eigenes Haus? Du bist wirklich mysteriös Du bist wirklich mysteriös New kid Und du kommst aus Mysterion Das ist wirklich großartig Das ist wirklich großartig Äh Ich blege nach Garnix What are you assholes doing here? What are you assholes doing here? We're here to investigate a hot lead regarding the South Park Police Uh That's what we're doing Oh no No, no This is our superhero mission freedom pals Fuck you guys Get lost before there's a fight Fellas, fellas Have we all forgotten there's a little girl in trouble in there? Fast pass is right I suppose that just this once we should put our petty differences aside and work together Alright Mysterion, what's the plan? Think some of us should cause a diversion Make the cops head towards it so the rest of us can sneak in without the cops noticing Good idea Coon friends will go up the fire escape and cause the diversion so freedom pals can sneak in the front This is all pretty coincidental Did you guys just steal our lead again? Innocent people are being arrested to a shed That's all that matters to us It should be all that matters to you Okay Coon friends up the fire escape, come on guys Stand by We gotta wait for the diversion Come take a look at this Most shown What is that? What the hell? You're losing the bloody city man Yeah, does this coke seem a little off to you? No no this is sweet, you guys want to call some hookers? What the fuck was that? Come on let's check it out Bring the coke Bring the coke Bring the coke in man Alright come on hot lord The coast is clear You wanted to troll me right? Oh, oh yeah Sorry Oh shit A criminal And he's with an innocent child Code red Assault on the precinct Ehm Wow I didn't see that coming Ah shit I guess we're dealing with these guys ourselves Ah shit I guess we're dealing with these guys ourselves Ahhhh Ah shit No Ah shit Ah shit I don't know If you're eating nothing Freeze vigilante Well, you're coming here first And then freeze Where are you going vigilante Get back here Warte mal, kann ich die jetzt in die Luft jahren? Ja, probieren wir es einfach. Das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Ich siege die korrupten Codes. Deine Telefonkamera wird dich diese Zeit schützen. Oh, Scheiße. Ich glaube wir gehen mit diesen Leute selbst. Okay, gehen wir da her. Ich hoffe die schießen dann oder irgend sowas. Ah, die können auch bloß eins laufen, sehr schön. Ich bin in der Verwaltung. Ah, es sollte eine Verwaltung sein. Eine andere, ja. Scheiße, wir brauchen Backup. Ja. Oh, Scheiße, da ist ein schwarzes Kind. Oh, Scheiße, das ist ein schwarzes Kind. Oh, Geil, ich erwisch die alle. Ja. Ja. Ich verspreche dir zu sein. Du wirst mich nicht kommen. Heute überrasst du den Weg mit dem falschen Immortal 4.Grader. Den machen wir die Platten. Ist das meine dran? Vielleicht mal die neue Fähigkeit ausprobieren. Ja so schaust du aus. Scheiße dafür ist der dran. Das ist das. Ultimative Kraftbereiche. Wer will einen schönen Mädchen sehen? Ich verspreche. Ja probieren wir es doch mal aus. Ach das ist doch schon wieder das Crack Ding. Ach komm wirklich. Tschüss. Viel Spaß. Und jetzt. Du kannst deine Kraft aufbauen. Du kannst dich nicht mehr aufbauen. Du kannst dich nicht mehr aufbauen. Du kannst dich nicht mehr aufbauen. Boah, der haut halt voll nahe Und erledigt Ja meine, Assassin Fähigkeiten haben die keine Chance Das ist genug, einfach aufrufen, Kind Schau, ich weiß, warum du hier bist Du bist getren, weil du denken, dass alles die Fähigkeiten machen ist, dass die Menschen schrauben Nein, nur den South Park Digga Was zur Hölle 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 Im Leben der Brutalität Takio Grande Boah, 7 Dollar Alter, wie viel Kohle hab ich? Wiederbelebungszerum Kaufen wir 4 Dann gehen wir aufs Crafting Magaroni-Bit kann ich 1 machen Machen wir da noch ein paar Ne, ne, wie 14 brauche ich sowieso nicht Haben wir noch irgendein Kostüm was wir bauen sollten Müssen Cool finden würden Nope Da waren wir schon drin, halt, warte, 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 warte Das kann ich zerstören Ja Ich suche an seinem Egepenis verschwunden Soft Room Alter, das ist doch ein schlimmer Raum, ey Ja 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 ja, lass mich jetzt erstmal den Scheiß zerholen. Fuck, ich hab's wirklich nicht gelesen was du sagst. Zeit stopp. Dummdi 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 dumm oh scheiße schick dich schick dich schick dich. Glück gehabt. Ja man. Wie, noch einer? Ach so, aber da ist der Schalter im Arsch. Wo sie dann rauf? Da komm ich da raus. Oder? Ja. Ah, ja was haben wir denn da? Halt warte da brauche ich den. Nein. Ah verdammt. Hecken. Als ob man das Hecken nennen kann. Oh, ich find's, weil die Sachen immer noch so schlimm. Und los geht's. Und wieder runter. Too easy bitches, too easy. Scheiß guck's was solch'n Typen. N***a. N***a. Du 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 du. Hehehehe. Ok, hier oben war ich noch nie. Holding cells. Ah, hier find ich jetzt dann Tantalon Beschleunigungsrezept. Ok. Ok. Jetzt bin ich gespannt. Hey, komm uns raus! Tobe, danke Gott du bist hier, Junge. Dad, was du hier machst? Hey, du bist derjenige, der mich hier in die Hand gebracht hat. Du bist auf der falschen Seite der Geschichte, junger Mann. Oh shit. Die Bucke ist cool. Das überspringen wir gleich mal, das lassen wir nicht zu. Was ist das? Da ist er. Boah. Das kann nicht gut für dich sein. Ich kenne auf meine Storven, um dich zu verletzen. Hier kommt der Schuss. Nein, warte. Warte. Warte, das wachst du dich. Hm. Ja, mach mal die Seite platt. Zack. Ich habe hier demonstraten, um das Recht die Scheißfresse zu halten. Zeit für etwas Riot-Control. Ja. Ja. Es ist Zeit. Der kann ja auch platt machen, ne? Der kommt dann auch dran. Zack. Aua, jetzt sind wir noch geschockt. Mhhh. Den hauen wir hinter. ob ich den schaffe aber ich glaube nicht ja das kann vielleicht funktionieren ne oh da machen wir doch lieber den kalt yeah assassin voll abgestoppen sehr schön der friert oh fuck ah der kann ich so nächster hier der kommt bloß eins vor vor ja wohl ich habe einen wonder trick vorher noch der kann dann heilen ja oder auch nicht ja Machen wir es halt so Okay, Zug binden Hä? Ah, Alter Ah, okay, kann nicht gründen Oh, bam, bam, bam Oh, bam, bam Boah, Meister Artefakt Jäger, so viel Okay, okay, I know this looks bad You really think cops just go around arresting black people for no reason? What purpose could that possibly serve? It's reverse discrimination, that's what it is If we were all black cops and our jails were filled with white people nobody would say a word So I guess you've learned that the real bigots here are you Hey kids, guess you can all go home No? Fuck What? Arrested it, it's okay Hey, let's go right away Arrested it, so breaking out of jail isn't a crime, right? I'm not sticking around to find out I smell a class action lawsuit Supreme Court, here we come Token, what did I tell you about playing too rough? Mom, I was defending justice I don't care what you were defending, you could have gotten hurt But Top War can't get hurt, he's impervious to pain Is he impervious to getting his butt spanked? No That's right Okay, let's read this Okay, do we read this. Where is this actually going down? Überwachungsraum oder? Ja Polizei drohen, Suchanzeige, Penis verschwunden, hatten wir schon Übertriebene Gewaltanwendung und du Okay Auf zum Showdown Hä? Da steht Exit Geht dir das noch überall hin? Scheiße gehst du da weiter? Nein ich will nicht weiter Geh zurück Hä? Was ist denn hier los? Hä? Was ist denn hier los? Ah! Leute Oh fuck ich komm da nie durch Oh ich volle Idioten Ich muss doch die Zeit anhalten Ja Ach bin ich blöd Ja ist ja gut Oh Gott Alter die haben ja ganz schön gefeiert Ey was geht ne Hä? Ich will da rein Mal schauen, kann ich da nie überlaufen? Ist das eine Zelle? Ich glaube nicht ne Ne War klar Wie komm ich da rein? Stimme wo ist die Classy? Kann ich das schieben wenn ich in Zeitmodus bin? Tatsache Ah Diese Zeitmodus sind heftig Diese Zeitmodus sind heftig Bum bum Komm mach bum 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 Oh Das ich das jedes mal mach Das ich immer in meinen Pfotzen in die Luft gejagd Gehts jetzt hin Da hat zwei Rollen Da ist ne Läuche Ähh Knasttattoo Ach so das gehört gar nicht dazu Ich sehe nicht einen Verwalt Das sieht ein bisschen wie Overkill Okay Muss ich mich beeilen oder? Scheiße Scheiße Wie komm ich jetzt da weiter Nur mal Zeitanhalten Nein Ah fuck jetzt habe ich es versaut Ey da geht den Weg hinauf Da geht den Weg hinauf Aaaaaaaah Aber mit was? Ist das der richtige? Ist das der richtige? Nein Der Hamster? Nein Humankind Aaaaaah Komm alter Furz Parcours Ja 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 Ja